Und es geht weiter mit Uncharted auf der Playstation 3 hier bei Let's Play O-Tone. Beim letzten Mal haben wir hier den ersten, äh, den nächsten größeren Kampf angefangen. Äh, schwer, schnell, ins Gras gewissen. Und, äh, jetzt sollen wir doch mal gucken, ob wir das Ganze nicht irgendwie ein bisschen geschickter anstellen können. Ist jetzt ein bisschen schlecht, denn, äh, ich hab wirklich so ein bisschen wenig Position. Aber... Naja, wir werden sehen. Sprach der Blinde. Und da hinten ist auch schon der erste. Ja, das war schon mal nix. Verdammt. So, zack, den haben wir erwischt. Okay. Äh, fühlt sich jetzt so ein bisschen doof, dass die von beiden Seiten kommen. Ach, komm mal hier. Okay, äh, ja. Das ist natürlich so ein bisschen ätzend, weil die kommen natürlich auch noch... ...von da oben. Und sobald man nämlich die rüber rausschreckt, hat man ein Problem. Ja, vier Schuss, damit kann man jetzt nicht mehr so wirklich viel anrichten. Deswegen wollen wir doch mal gucken. Das ist schon mal ganz brauchbar. Guck, guck, guck. Jawoll, das ist doch mal fein hier. Krawomski. Ja, das hättest du wohl gerne, ne? Das, äh... ...hast du dir so gewünscht und vorgestellt. Aber, äh... ...ne, nicht mit mir, mein Freund. Ich kann ganz anders. So, jetzt wollen wir hier mal wieder so ein Eck-Eck-Trip machen. Hey, hey, hey. Fieser Möp. So. Ah, shit. Ah, crap. Es war so schön. Gut. Aber die Taktik funktioniert. Halbwegs. Aber wie so oft, ne? Taktik ist, äh... ...den Hintern in der Deckung lassen und gucken, dass irgendwann einer dir rüber rausschiebt. So. Nur nochmal gucken. Bämps. Ja, den hätten wir schon mal. Erfolg aus ganzer Linie. Na, komm. Und auf Wiedersehen. Hallo. Echt. So. Dammit. So. Das, äh... ...war schon mal gar nicht so schlecht. Schön für dich. Ah, okay. So. Mal gucken, ob wir hier die... Ah. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. So. Die will ich haben. Guckuck. Verdammt. Das ist doch nichts zum Aushalten. Jetzt aber. Jetzt werden wir auch noch von oben geschossen. Also langsam reicht's mir hier. So, mal schauen. Oh, ist der Kerl. Hasta la vista, baby. Ja, fein gemacht. Diesmal hab ich mich nicht von dem Kerl verarschen lassen. Äh. Ah, ja. Ah, ja. Da müssen wir wohl lang. Aber vorher... Wollen wir doch mal gucken, ob wir hier nicht noch ein bisschen Munition abgreifen können. Vielleicht auch einfach für die hier. Ja. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das sind ja noch irgendwo Typen, die meinen, sie müssten irgendwie sich mit mir anlegen. Nö. Sieht nicht dann aus. Äh, was hab ich? Ah, ja. Sehr gut. Alles klar. Das sieht doch schon etwas entspannter aus mit der Munitionssituation. Und, äh, jetzt... Müssten wir mal überlegen, wie wir denn da hochkommen. Denn offensichtlich... Ja. Jups. Sehr gut. Ja, also dieses System, äh, das, das, ähm... Wenn man nicht weiterkommt oder nicht genau weiß, wo man lang muss, dass man so einen kleinen Hinweis eingeblendet bekommt, ist natürlich eine feine Sache. Ähm, und, äh, das, äh... Setzt sich auch bei vielen Spielen mittlerweile durch. Äh, denn, ähm... Es ist irgendwie... Ein bisschen... Angenehmer, das auf die Art und Weise zu lösen, als die ganze Zeit irgendwie so einen, so einen, ähm... Ja, Pointer oder, oder, äh, so einen Punkt im HUD anzuzeigen, wo man hinlaufen muss. Von wegen so, hier, du musst da hinlaufen, du Vollidiot, mach doch mal. Ähm... Können wir da rüber? Hm, hm, hm. Ich weiß es nicht. Äh, einfach, weil man, weil man dann den Spieler einfach so ein bisschen... Lass mal was. Äh, so ein bisschen weniger aus dieser ganzen Sache herausreißt. Ich hab doch damals blinken sehen. Achso. Ne. Was zum Geil sind das für Geräusche? Und, äh, hm. Ja, hier soll ich wohl auch irgendwie nix machen. Hm. Soll ich auch einfach hier runterfallen? Ah. Gut. Das war jetzt nicht so schwer. Ähm. Ah, wumms. Ja, ich bin gut im, äh, Fässer in die Luft jagen. Trotzdem irritiert mich dieses Geräusch. Das war jetzt nicht so schwer. Ich wusste es doch. Irgendwo war noch was versteckt. Äh, so. Oh. Ich hab das, als du die Gange überrasst. Äh. Ja, dann komm ran hier. Komm, äh, mach! Wir haben nicht ewig Zeit. Ich hätte eigentlich gedacht, ich müsste irgendwie... Hm. Ja, wundervoll. Oh, das stinkt doch hier schon wieder nach Hinterhalt. Ja. War klar. Äh. Okay. Vielleicht erstmal hier den... Scheiße. Schade Schokolade. Hättest du schön sein können. So. Den haben wir. Der geht uns schon mal nicht mehr auf dir... Auf den Sack. Müssen wir eine Granate hin. Oh, oh. Da kommt so ein Shotgun-Hoschi. Das war knapp. Ey. War das jetzt eben noch die E-Laner? Ja, Blind-Firing, ne? Das ist auch immer großartig. Sehr hilfreich. Wenn die, äh... Äh... Wie sind die Gegner nämlich, äh... Zu nahe rankommen. Dann kann man das mal machen. Ansonsten ist das Munitions... Da, Verschwendung. Wo ist denn... Ah, ja. Morgen. Auf Wiedersehen. Fuck. Alter, willst du mal sterben? Der will es einfach nicht. Ist doch nicht zu passen. Puh. Das war knapp. Gut. Das muss die Bibliothek sein. Da. Oh, wir werden nicht waltz in die Frontdecke. Nicht? Let's find another way in. Let's go things out. Hat doch bisher wunderbar funktioniert. Ich weiß gar nicht, was er hat. So. Erstmal wieder ein bisschen Munition sammeln. Tja, man könnte natürlich den Granatwerk nutzen. Aber... Damit fühle ich mich nicht so ganz so sicher. Ach. Ach. Wo ist sie denn da drin? Ach da. Hm? Hm, hm, hm. Ah. Eigentlich hatte ich gedacht, hier wäre noch irgendwo ein bisschen Munition versteckt. Aber nein. Es ist noch ein Schätzchen zu finden. Das ist doch hervorragend. Also wie man sieht, immer schön alles durchsuchen. Und jetzt... Muss ich mal wirklich überlegen. Hm, hm, hm. Äh, nee. Äh, ich glaub, wir müssen doch... ...hier hoch. Können wir hier noch ein bisschen gucken. Wenn ihr noch irgendwas Tolles findet. Nee. Gut, wir sollen also nicht durch die Vordertür. Da müssen wir uns jetzt, äh, mit abfinden. Ist vielleicht auch gar nicht mal so dumm. Und, äh, halt. Nee. Da geht's zwar rein, das ist zwar vollkommen richtig, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier noch nicht alles gefunden haben. Denn hier ist ja doch relativ weitläufiges Areal. Und das schreit ja förmlich danach. Hier einfach irgendwo jede Menge Sachen zu verstecken. Ah, hier. Siehe da. Ich sollte recht behalten. So, ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle einen kurzen Cut. Und in der nächsten Folge werden wir uns mal hier reinbewegen. Und dann, äh, ja. Und dann, äh, ja. und dann, äh, ja.